Moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr habt ganz oft danach gefragt, ich habe es bis heute irgendwie gar nicht hingekriegt, obwohl das ja mein eigenes Auto ist, nämlich einen Reichweitentest von meinem neuen Model S Long Range 2023. Der hat ja einen 100 kWh Akku, 95 kWh sind davon nutzbar, hat also doch eine Riesenreichweite und laut WLTP sind es 634 km. Ja, das ist eine ganze Menge. Es ist im Prinzip ja fast so ähnlich wie der Audi SQ8, zumindest auf dem Papier. Nur, ich weiß ja zumindest vom Sommer her, dass dieser Wagen in der Realität tatsächlich eine Reichweite von über 500 km hat. Auf der Autobahn bei schneller Geschwindigkeit. Ja, das ist tatsächlich möglich hier mit dem Model S. Nur, jetzt haben wir halt Winter und wir haben es 6 Grad im Moment und es ist sehr, sehr stürmisch. Und es hat auch wieder ein bisschen genieselt und wird wahrscheinlich auch noch wieder schütten. Das gehört ja dazu zu meinen Reichweitentests. Und heute möchte ich endlich mal feststellen, wie weit kommt eigentlich das Model S Long Range im Winter auf der Autobahn bei Tempo 130. Deswegen fahre ich heute wieder nach Bremerhaven, 130 km hin und zurück. Und da bin ich selber gespannt, weil ich habe den Wagen im Winter wirklich noch nie auf einer Langstrecke bewegt. Ich habe den ja erst seit April. Und ja, das wird mal interessant zu sehen, wie da im Vergleich zum Sommer der Verbrauch sich entwickelt. Das wird also auch für mich ein sehr spannendes Video. Deswegen unbedingt dranbleiben. Und dann wollen wir auch gar nicht lange fackeln und fahren mal sofort los, bevor es jetzt wieder hier richtig anfängt zu schütten. Die erste Herausforderung ist schon mal, wie ist so der Wendekreis von diesem Auto eigentlich in der Praxis, wenn ich hier aus meiner Ausfahrt rausfahre. Ja, das werden wir gleich feststellen. Und übrigens erster Fun Fact. Ich habe mich angeschnallt, habe die Bremse gedrückt und schon ist der Vorwärtsgang eingelegt hier automatisch. Hier steht halt bestätigen zum Fahren, also quasi gib Gas und dann fährst du automatisch nach vorne, weil hinter mir ist meine Garage und rückwärts geht es ja nicht. Und das weiß der Wagen durch die Kameras und hat für mich automatisch den Vorwärtsgang eingelegt. Ja, das ist doch mal Service. Also gehen wir mal los. Oh ja, das klappt doch super. Ich habe echt gedacht, das Schiff kommt hier nicht rum. Ist ja 5 Meter und 2 Zentimeter lang, dieses Auto. Also nicht gerade ein Kleinwagen. Aber diese Länge von über 5 Meter, die kommt tatsächlich auch der Effizienz zugute. Denn durch diese Länge sind die Luftwirbel hinter dem Auto minimiert und dadurch sinkt natürlich auch der Verbrauch. Wir haben jetzt 88 Prozent noch im Akku und eine Reichweite und das mit der Reichweite hier bei Tesla ist leider so ein bisschen Pi mal Daumen. Was haben wir denn für eine Reichweite? Und wir haben angezeigt 564 Kilometer Reichweite. Das ist aber nur die Normreichweite, die Tesla hier anzeigt. Und das ist auch schon einer der großen Nachteile hier bei diesem Auto. Für Leute, die gerne Reichweitenanzeigen haben. Ja, wir haben natürlich eine, aber in der Praxis kann man die in die Tonne treten, weil die ist viel zu ungenau, zeigt am Anfang sehr hohe Werte an und sinkt dann sehr schnell. Also man kann sich darauf überhaupt nicht verlassen, denn es ist wie gesagt nur die Normreichweite nach dem EPA-Zyklus. Und das hat mit der Realität zumindest im Winter schon mal gar nichts zu tun. Und leider Gottes haben wir diesen Energiegraf, den Model 3 und Model Y hier haben. Den haben wir hier zwar auch, aber den entscheidenden für den Verbrauch und die angezeigte errechnete Reichweite, das fehlt hier im Model S. Und das fehlt hier schon von Anfang an. Und ich frage mich immer, wieso? Wieso? Weil die Software, naja, ob das jetzt die gleiche Software ist, das weiß ich nicht. Aber zumindest sieht sie fast genauso aus. Verhält sich aber in einigen Details natürlich komplett anders. Aber dass sie das hier weggelassen haben, ist für mich völlig unverständlich. Und falls Elon das sieht, also Elon, bitte, ich hätte gerne meine Verbrauchsanzeige hier wieder im Energiegraf. Bitte, bitte, bitte. Temperatur haben wir auf 20 Grad eingestellt. Das reicht völlig, weil die Heizung hier im Model S, im neuen Model S hier zumindest, ist ziemlich gut. Bei mir im alten Modell von 2016, da war das das genaue Gegenteil. Da musste ich die Heizung im Winter oft auf 25 oder so stellen, weil am Anfang sehr viel hochgeballert hat. Aber dann nach einer längeren Fahrtstrecke wurde es immer kälter. Und das ist hier in diesem neuen Modell halt überhaupt nicht so. Hier ist die Heizung endlich mal so, wie man sich das vorstellt. Sitzheizung ist auch aus, Lenkradheizung ist aus, brauche ich nicht bei 6 Grad. Aber wir wollen mal gucken. So, ich habe übrigens vom Fahrmodus her auf Wahnsinn stehen, also den Wahnsinnsmodus an. Ja, nicht der Platt-Mode, sondern der Wahnsinns-Mode. Das ist die schnellste Beschleunigung hier im Auto. Und die beträgt sage und schreibe 3,2 Sekunden von 0 auf 100. 504 kW, ich glaube 785 PS irgendwas mit 800 Newtonmeter oder so. Also da bleiben echt keine Wünsche offen. Ich glaube, dieses Auto überholt, wenn ich das nicht möchte, keiner. Er fährt auch 250 kmh Spitze. Aber gut, das reiht sich natürlich nie aus. Bin ich auch noch nie gefahren, muss ich sagen. Ich glaube, das Schnellste, was ich mal gefahren bin hier, war 230. Und dann war auch schon wieder jemand vor mir. Also das kann man so gut wie gar nicht machen. Und auch die Beschleunigung, die reiht sich natürlich so gut wie nie aus. Aber manchmal, da ist es schon ganz cool, wenn man das hat. Also den Wahnsinnsmodus, deswegen habe ich den immer an. Und beim Anfahren, muss ich sagen, gibt es ja einige Leute, die so sagen, ja, es ruckt beim Tesla immer so. Aber irgendwie ist das auch eine Sache des Gefühls im Fuß, glaube ich. Denn bei mir, muss ich sagen, kann ich auch im Wahnsinnsmodus total langsam und gleichmäßig anfahren, ohne dass ich jetzt irgendwie so einen Ruck nach vorne verspüre. Ja, muss man halt das Gefühl im Fuß haben. Und genauso ist natürlich auch die Rekuperationsstufe bei mir immer auf Standard eingestellt, dass ich One-Pedal-Driving machen kann. Weil das ist eigentlich genau so, wie ich das haben möchte. Daran habe ich mich halt so gewöhnt nach fast sechs Jahren Tesla jetzt. Und das möchte ich einfach immer haben, weil ich nur mit dem Gasfuß den Wagen bewegen kann und die Bremse so gut wie gar nicht benutzen muss. Da gibt es natürlich den Hinweis, dass man auch ab und zu bremsen soll. Wisst ihr ja vielleicht, damit die Bremsen nicht einrosten, gerade auch im Winter. Das heißt, freie Strecke aussuchen, ein bisschen schneller fahren und dann mal in die Eisen gehen. So mindestens ein, zwei Mal im Monat, damit die Bremsen wieder vom Flugrost befreit werden. Also wichtiger Hinweis. So, und jetzt geht es auf die Autobahn. Tempo 130, 130 Kilometer hin und zurück. Ich bin echt gespannt. Oh ja, und ich fahre gerade wieder in eine schwarze Wand rein. Und wir haben Wind frontal von vorne und zwar Windstärke 10 bis 11, zumindest in Böen heute. Wir haben nämlich einen Nordseesturm hier. Das wird also lustig. Gut, auf der Rückfahrt haben wir dann massiven Rückenwind. Aber im Moment fahre ich doch wieder mal in ein Wetter rein. Das ist ja echt zum Kotzen. Naja, wir werden es sehen. So, wir sind jetzt 20 Kilometer unterwegs und ab jetzt können wir 130 fahren. Wir haben gerade aktuell 26,7 Kilowattstunden, was den Verbrauch angeht. Und Prozentanzeige liegt bei 82. Das heißt, 6 Prozent haben wir verbraucht. Das wird jetzt eigentlich laut meiner Erfahrung kontinuierlich wieder sinken, weil der Akku natürlich erstmal erwärmt werden muss. Und da geht dann erstmal sehr viel Energie am Anfang drauf. Und gut, der Wagen ist ja vom Innenraum her jetzt warm. Das hat ja am Anfang auch ein bisschen Energie gekostet. Das heißt aber, die Heizung wird auch erstmal runtergeregelt, wenn die Temperatur erreicht ist. Sollte also der Verbrauch jetzt über die Zeit nach Bremerhaven deutlich sinken. Und das neue Model S, was ich jetzt hier fahre, Baujahr 2023, da gab es ja so viele Änderungen im Vergleich zum alten. Also abgesehen davon, dass der ganze Innenraum auch anders aussieht. Aber auch die ganze Dämmung. Der Wagen ist so viel leiser als das alte Modell. Ich muss auch sagen, der steht jetzt so anderen Premium-Autos nicht viel nach. Also ob das jetzt dieser Audi e-tron war, den ich letztens gefahren habe. Der hat ja auch Winterreifen drauf. Hat er hier übrigens auch. Das sind die Pirelli Sotto Zero. Vorne 255er, hinten 285er. Also richtige Walzen. Das ist ja erstmal, was den Verbrauch angeht, sowieso nicht so doll. Aber das macht er durch den CW-Wert und die Effizienz der Motoren wieder wett. Jedenfalls ist das Innenraumgeräusch hier doch sehr, sehr leise, muss ich sagen. Und man kann sogar Active Noise Cancelling anmachen. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Ich muss aber zugeben, dass es für meine Ohren keinen Unterschied gibt, ob ich das jetzt anhabe oder aus. Ich merke da keinen Unterschied. Vielleicht ist es auch nur Fake. Ich kann es ja auch nicht kontrollieren. Die Funktion ist da, aber man hört ja keinen Unterschied, muss ich sagen. Also falls ihr ein Model S habt und da einen Unterschied hört, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ich habe auch noch niemanden gehört, der das irgendwie auseinanderhalten konnte. Ja, interessant. Ich habe den Tempomat auf 130 stehen, aber er fährt nur 129. Ich kann den Tempomat auch auf 140 stellen. Er fährt trotzdem nur 129. Hier steht nämlich eine Meldung. Autopilot Tempo wegen schlechter Sicht begrenzt. Also er lässt mich nur mit dem Tempomaten 129 fahren. Das ist ja frech, muss ich sagen. Das ist erst seit dem Holiday-Update. Vorher war das nicht. Vorher konnte ich auch bei Regen 140 fahren oder 150 mit dem Tempomat. Das ist die maximale Geschwindigkeit. Und wenn ich den Spurhalterassistent drin habe, dann fährt er halt nur 140. Aber der Tempomat ging auf jeden Fall schneller und hat es nicht runter geregelt. Ja, was das jetzt ist, hier finde ich ja echt doof, muss ich sagen. Ja, jetzt hat es aufgehört zu regnen. Sicht ist besser und schon ist die Meldung weg und er fährt 130. Na danke. Aber dass es aufgehört hat zu regnen, hat der Regensensor hier noch nicht festgestellt. Also der kamerabasierte Regensensor. Und der Wischer wischt noch fröhlich weiter im Intervall. Scheibe ist aber eigentlich trocken. Stelle ich das Ding mal aus. Ja, das ist auch so ein Ding, dass dieser Regensensor mit der Kamera hier, er funktioniert. Wenn es regnet, klar geht er an. Aber wenn es wenig regnet oder nur nieselt, ist es tatsächlich Katastrophe. Also habe ich kein Auto gesehen, was so schlecht ist. Es gibt Autos, da funktioniert es ziemlich gut, wie zum Beispiel im Audi letztens. War ziemlich perfekt, hatte ich während der ganzen Woche keine Probleme und es hat wirklich viel geregnet. Aber hier im Tesla kann man echt knicken. Gucken wir uns mal einen Zwischenstand an. Wir haben jetzt 10% Akku verbraucht. Wir sind 34 Kilometer gefahren. Haben jetzt auch noch 26,4 Kilowattstunden bei Tempo 130. Also 340 Kilometer wäre ja bei 100%, wenn ich mal diese 10% mal 10 nehme, jetzt aktuell die Reichweite hier von dem Auto. Auch ein bisschen wenig, muss ich sagen, im Vergleich zum Sommer. Also die 400 würde ich mir schon erwarten jetzt. Ich hatte ja bei meinem alten Model S ein schönes Schiebedach. Das habe ich jetzt hier leider nicht mehr. Tesla verbaut die nicht mehr, weil die einfach zu fehleranfällig waren. Gut, andere Hersteller kriegen ein Schiebedach hin. Tesla hat gesagt, das ist mir zu kompliziert und zu viel Reklamation, lasse ich jetzt weg. Überhaupt haben sie ja sehr viel weggelassen. Ihr wisst ja, dass ich hier keinen Gangwallhebel habe. Gar kein Problem über diesen Bildschirm oder über diese automatische Erkennung, ob ich vorwärts oder rückwärts fahren will. Das ist überhaupt gar kein Thema. Dann habe ich aber auch keinen Blinkerhebel, sondern das geht ja über die Tasten hier. Ich habe aber das runde Lenkrad genommen, wie ihr seht. Also das Yoke war absolut nicht mein Fall, muss ich sagen. Und ich bin echt froh, dass ich das runde genommen habe. Mit dem Blinkern, muss ich sagen, es dauerte ein paar Wochen, bis man sich da reinfuchst und daran gewöhnt. Und mittlerweile ist das relativ drin. Also ich muss überhaupt nicht mehr hingucken. Ich kann mit dem Daumen intuitiv links oder rechts blinken. Im Kreisverkehr, wenn das Lenkrad über Kopf steht, muss man ab und zu nochmal nachdenken, wo war nochmal rechts, wo war links. Das ist ja dann genau umgekehrt. Das hat man aber auch irgendwann drin. Also wenn man sich daran gewöhnt hat, sage ich mal, ist es wie immer Gewöhnungssache, dann geht das ganz gut. Vermisse ich die Blinkerhebel? Ja, manchmal schon. Vor allem, weil ich eben viele Autos wechsle. Also ich fahre ja ganz oft verschiedenste Autos, die dann Hebel haben. Und dann setze ich mich wieder hier ins Model S, wo ich keinen Hebel habe. Und durch dieses Hin und Her, dieses Switchen, mal Hebel ja, mal Hebel nein, das ist ein bisschen doof. Ich glaube, wenn man den Wagen kontinuierlich fährt und nur diesen, dann ist das gar kein Thema mehr. Aber dieses ständige Wechseln, wie bei mir, das reißt einen dann immer wieder aus der Gewohnheit. Und da muss das Gehirn immer wieder umdenken. Von daher ist es da eher so ein bisschen, ja, unbequem, ständig sich wieder umstellen zu müssen. Aber die Model 3 Fahrer, die das Highland jetzt haben, die werden das ja auch kennen mittlerweile. Und werden mir wahrscheinlich beipflichten, dass man sich nach einer Zeit echt gut dran gewöhnen kann. Und irgendwie cool ist es ja trotzdem. Ich habe ja hier bei meinem Auto den Enhanced Autopilot mitbestellt. Und ich muss sagen, das finde ich ganz angenehm, dass er den Spurwechsel hier automatisch macht. Noch angenehmer würde ich es finden, wenn ich auch das Herbeirufen endlich könnte. Das ist ja eine Funktion, die aufgrund der fehlenden Ultraschallsensoren erst mal deaktiviert ist und irgendwann per Software nachgerüstet werden soll. Ja, da warte ich jetzt schon seit, ja, ein Dreivierteljahr drauf. Und bis jetzt ist es halt noch nicht da. Ich habe es also bezahlt, aber nicht bekommen. Und irgendwie werde ich auch langsam so ein bisschen ungeduldig. Und wer weiß, wann es jemals kommt. Ich bin mal gespannt. Naja, das mit dem Einparken, habt ihr ja im letzten Video gesehen, ist jetzt teilweise besser geworden. Also hat auch ein Dreivierteljahr gedauert jetzt. Wenn das so weitergeht, dann läuft das Leasing aus hier von dem Wagen. Also ich habe das jetzt noch zwei Jahre, das Auto. Ein Jahr ist fast schon rum. Und wenn ich dann das Leasing, wenn das Leasing ausläuft, dann kriege ich vielleicht irgendwann die Funktion. Vielleicht eine Woche vorher. Wer weiß. Ja, das Model S hat ja auch so ein bisschen so einen schlechten Ruf, dass die Verarbeitung so mies ist. Aber ich muss zugeben, bei meinem Auto ist es eigentlich ziemlich gut. Vielleicht kennt ihr auch die Videos von Alex, von Elektrisiert. Alex Bangula, der mit seinem Model S pläht, was er für Probleme hat, auch gerade was die Verarbeitung angeht. Also ich habe davon nichts. Also dieses Auto hier, das ist auch gerade was den Innenraum angeht. Im Innenraum absolut perfekt. Da habe ich null zu kritisieren. Es funktioniert alles. Es sitzt alles. Es wackelt nicht. Es knarzt nicht. Also da gibt es gar nichts. Außen, klar, am Anfang bei der Auslieferung hatte ich ein paar Mängel. Vor allem was den Lack betrifft. Spaltmaße wenig. Also sowohl wie gar nicht. Die sind halt so, wie sie sind. Da kann man nicht wahnsinnig viel machen. Es saß auch alles gerade. Sowohl das Glasdach, die Heckscheibe. Oder die Heckklappe, wollte ich damit sagen. Das saß alles gut. Ansonsten habe ich eben, was die Verarbeitung angeht, hier so im normalen Betrieb überhaupt nichts auszusetzen. Das ist alles für mich, für meine Begriffe perfekt. Also in Anführungsstrichen perfekt. Wenn ich jetzt den Audi nehme, den ich letztens gefahren habe. Okay, das würde ich sagen. Das ist perfekt. Und im Vergleich dazu ist das hier nicht perfekt. Aber es ist für meine Begriffe gut genug, dass ich hier doch ein Premium-Gefühl habe. Der Wagen kostet ja auch entsprechend. Und Leute, die dann so kommentieren unter diesen Tesla-Videos, Scheißkarre, Klapperkiste, Rotz-Auto. Was habe ich da nicht alles schon gelesen an Kommentaren? Leute, kann ich nicht nachvollziehen. Das sind dann meistens Leute, die noch nie mit so einem Auto richtig gefahren sind. Sondern das einfach nur nachplappern, weil sie es irgendwo gehört oder gelesen haben. Ja, also wenn ihr der Meinung seid, das ist eine Klapperkiste, Scheißkarre, setzt euch einfach mal in so ein Auto und fahrt den mal einen Tag. Dann werdet ihr eure Meinung mit Sicherheit revivieren. Wir sind jetzt 50 Kilometer unterwegs und liegen bei 26,9. Tatsächlich ist es also doch nicht gesunken, wie ich gehofft hatte. Aber es ist halt klar, wir haben massiven Gegenwind, wir haben den ziemlich heftigen Regen. Das ist wahrscheinlich das Problem. Deswegen sinkt es nicht. Aber gut, wir haben ja noch die Rückfahrt und da haben wir dann Rückenwind. Und zwar, keine Ahnung, was haben wir denn? 70, 80 Kilometer pro Stunde Windgeschwindigkeit mindestens. Das sollte uns ja doch deutlich anschieben hier. Oh, da vorne haben die Leute Warmblinkanlage an. Und da kam mir gerade die Polizei entgegen auf der Gegenfahrbahn. Ich glaube, hier ist ein Unfall passiert. Vor mir, kurz vor Bremerhaven. Kurz vor der Ausfahrt. Ja, das ist ja richtig scheiße. Oh ja, hier ist es rot, direkt vor mir. Ja, klasse. Oh nein. Okay, dann machen wir jetzt einen kurzen Zwischenstand. Was haben wir? Wir haben 57 Kilometer auf der Uhr, 25,9 Kilowattstunden und noch 71 Prozent im Akku. Und wir sind irgendwie fünf Kilometer oder vier Kilometer vor der Abfahrt und stehen jetzt hier im Stau. Ich hoffe, dass die Autobahn nicht gesperrt ist. So wie letztes Mal mit dem Audi. Das wäre es ja wieder. So wie es aussieht, werden wir an dem Unfall vorbeigeleitet. Das geht jetzt hier im Schritttempo weiter. Also nicht ganz so schlimm. Und ich kann das auch schon sehen von hier aus. So 800 Meter Entfernung ungefähr. Also ist keine große Verzögerung. Stehen wir hier nicht stundenlang. Und der Test kann weiter stattfinden. Muss sich nicht abbrechen. Klar. Da ist aber noch was. Hä? Da sind nochmal Krankenwagen. Ist da noch ein Unfall passiert? Das wäre es ja. Ist das hier irgendwie glatt? Ja, vielleicht ist das hier glatt. Das kann natürlich sein. Hier ist auch irgendwie Schneegriesel auf der Straße. Okay, dann ist das wahrscheinlich der... Ja, hier hat es geschneit. Tatsächlich. Obwohl das 6 Grad plus ist. Ja, da hat es auch einen erwischt. Auch gegen die Leitplanke gefahren. Also hier scheint es glatt zu sein. Da werde ich mal jetzt kurz vor der Abfahrt nicht nochmal Gas geben, sondern schön vorsichtig fahren. Zwei Unfälle kurz hintereinander. Das ist ja ein Ding. Hatte ich auch noch nicht gesehen. Da vorne geht es auf jeden Fall wieder runter von der Autobahn. Dann machen wir die Wände und dann geht es zurück. Diesmal mit massivem Rückenwind. Bin mal gespannt, ob der Verbrauch dann deutlich nach unten geht. Wo liegen wir denn jetzt? Jetzt sind wir gerade bei 26,0. Also ihr seht, durch die 5 Minuten Stop and Go hat sich das nicht groß nach unten bewegt. So, da sind wir wieder. Ja, diesmal haben wir schon wieder grün. Ey, das reißt hier echt ein. Wir haben 65 Kilometer auf der Ruhr und 25,3 Kilowattstunden im Durchschnitt. Das ist also jetzt hier ein bisschen gesunken aufgrund der langsamen Fahrt durch Bremerhaven. Und hier machen wir jetzt die Wände. Und dann bin ich echt gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ich hoffe, der Regen hört dann irgendwann auch mal auf. Und nochmal ein Wort zu diesem Blinker hier. Das Schöne ist ja, dass bei Tesla es so ist, man muss nur einmal den Blinker drücken, dann blinkt er. Und wenn man die Spur gewechselt hat oder abgebogen ist oder die Situation vorbei ist, wo man blinken musste, dann hört er automatisch auf. Also man muss nicht nochmal drauf drücken, um es wieder zu deaktivieren oder so. Oder wenn das ein Hebel wäre, den Hebel wieder nach oben drücken oder so. Weil der Hebel auch beim Model Y ja kein Hebel ist, der irgendwo einrastet, sondern der gibt halt nur einen elektronischen Impuls an den Blinker, dass er losgehen soll. Und dadurch muss man eben beim Blinken immer nur einmal betätigen und fire and forget sozusagen. Und das ist total angenehm. Und jedes Mal, wenn ich andere Autos fahre, die wirklich mechanische Blinkerhebel haben, die dann einrasten und wo man den Blinkerhebel ganz oft in der Regel zurückrasten muss, damit er wieder ausgeht, finde ich das total, ja, veraltet, so diese Vorgehensweise. Diese Automatik hier mit dem Blinker ist richtig genial. Funktioniert, sagen wir mal, in 98 Prozent der Fälle. Es gibt ganz selten mal Fälle, wo er nicht wieder automatisch ausgeht. Ja, dann drückt man einfach nochmal auf den Knopf, dann ist er aus. Aber das ist echt so ein Ding, das möchte ich nie wieder missen. Das ist richtig geil. Ein sehr interessanter Fact hier von diesem Auto ist das Leergewicht. Der Audi e-tron SQ8 wog 2,7 Tonnen leer. 2,7. Das hier, das Tesla Model S, wiegt 2,17 Tonnen. Also über 500 Kilo weniger. Eine halbe Tonne weniger. Hat aber auch einen 100 Kilowattstunden großen Akku. Gut, der Audi hatte 114 brutto. 10 Prozent mehr. Ja, aber trotzdem, also wenn man bedenkt, dass das Model Y auch 2 Tonnen wiegt und das Model S hier 170 Kilo mehr nur oder 150 Kilo mehr, ist das schon echt erstaunlich. Und da sieht man natürlich auch den Unterschied von der Bauweise. Deutsches Auto, amerikanisches Auto. Und wie Tesla hier so ein Elektroauto konzipiert. Es wird natürlich möglichst viel weggelassen und das betrifft dann auch, ja keine Ahnung, Materialien für die Dämmung oder für Innenraumausstattung, Blechdicke, was auch immer. Aber diese ganze Konstruktionsweise ist halt anders. Die ist optimierter und demzufolge sind die Autos in der Regel auch viel effizienter. Wenn ich mir den Verbrauch von dem Audi angucke, dann lag der doch bei dem großen Akku doch relativ hoch und die Reichweite entsprechend niedrig. Und hier beim Model S, da ist das ein bisschen was anderes. Was haben wir jetzt gerade? Kurz gucken. Wir haben jetzt 24,9. Wie ich schon gesagt habe, mit Rückenwind geht es deutlich runter und der Mittelwert ist dann wohl das, was die Realität darstellt. Also ich bin mal gespannt. Wir haben jetzt noch ein bisschen Fahrt vor uns. Ungefähr, ja fast 60 Kilometer noch. Wie weit nach unten wir dann noch gehen? Ja, leider hat der Regen alles andere als aufgehört. Im Gegenteil, es ist wieder hier die Stelle, wo das echt schüttet. Naja gut, da vorne wird es aber schon wieder heller. Ich bin auch optimistisch. Wenn ich mal die Platzverhältnisse vergleiche vom Model S hier und mit dem Audi e-tron zum Beispiel, den ich zuletzt gefahren bin, der ja eigentlich nur vier oder fünf Zentimeter kürzer ist, aber hatte doch im Innenraum und auch was den Kofferraum angeht deutlich weniger Platz hier. Wenn ich bedenke, was in dieses Model S reingeht, gerade auch hinten die Rückbänke. Was ist da für eine Beinfreiheit? Unglaublich. Das mit dem Hund, das habt ihr ja durch die Urlaubsvideos schon oft gesehen. Der Hund hier passt hier wunderbar rein. Das ist eine Riesenfläche. Wir haben 709 Liter Kofferraum, alleine der Basis-Kofferraum. Wenn ich die Sitze umklappe, sind es über 1800 Liter. Dann habe ich noch vorne, ich glaube, einen 180 Liter Frunk. Und unter dem Kofferraum habe ich auch noch mal fast 180 Liter an Stauraum. Und dann noch große Seitentaschen. Also was hier reingeht in dieses Auto, ich weiß nicht, ich kenne kaum ein Auto, was als Limousine mehr Platz hat als so ein Tesla Model S. Von daher als Reiseauto für eine Familie, auch mit Hund, ist das wirklich ein ideales Auto. Und dann eben auch noch mit einer sehr exzellenten Reichweite. Und ihr dürft ja nicht vergessen, trotz 400 Volt Technik, da lade ich hier am Tesla Supercharger V3 mit über 250 kW. Also in der Spitze zeigt er mir 252 an. Und das hält er sehr lange. Die Ladekurve ist extrem gut. Also von 10 auf 80 Prozent 30 Minuten, trotz 400 Volt. Und dann mit der Reichweite, also locker im Sommer über 300 Kilometer in 30 Minuten mal eben nachgeladen. So, nach exakt 100 Kilometer sind wir bei 24,8 Kilowattstunden. Und wir haben genau 60 Prozent noch im Akku. Das heißt, 28 Prozent sind weg. Wettertechnisch aber wirklich fast das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Also der Regen wird eigentlich immer heftiger. Ich habe gedacht, er wird weniger. Aber nein, es ist echt kacke. Und wir haben es jetzt 5 Grad. Und naja, der Rückenwind ist wohl doch nicht so stark, wie ich gehofft habe. Ja, man sieht hier sehr schön, dass wir deutlich mehr verbraucht haben, als der Wagen normalerweise verbrauchen würde. Das ist diese weiße Linie. 12,9 Prozent mehr als der üblicherweise geschätzte Fahrzeugverbrauch. Ja, ist echt der Hammer. Ja, erhöhte Klimatisierungsaktivität, Luftwiderstand, Reifenwiderstand und Batterieoptimierung wegen des kalten Wetters. Ja, man sieht es hier auch. Fahren plus 13,5 Prozent. Klima, ja, 0,8 Prozent des gesamten Verbrauchs. Das ist weniger als geschätzt, nämlich 0,1 Prozent weniger. Für die Fahrt haben wir einfach deutlich mehr verbraucht aufgrund des schlechten Wetters. Wind von vorne, Dauerregen, ja, Kälte. Dann ist das halt so. Wir sind gleich wieder bei der Abfahrt. Was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt 24,0 Durchschnitt. Ein paar Kilometer müssen wir noch. Und dann durch die Stadt noch, 30er Zone. Und abgerechnet wird zu Hause. Ich bin gespannt. So, wir sind wieder angekommen. Wir sind nach genau 130 Kilometer laut Entfernungsanzeige. Und wir haben einen Durchschnittsverbrauch von 23,3 Kilowattstunden geschafft über diese gesamte Strecke. Und das ist doch tatsächlich ein relativ niedriger Wert, wenn man mal das Wetter und die Temperaturen von heute mal berücksichtigt. Und wir haben hier laut Energieanzeige 33,6 Prozent verbraucht für die 130 Kilometer. 13,5 Prozent mehr, als man normalerweise verbrauchen würde. Und das meiste davon war einfach dem Wetter geschuldet. Und wenn wir jetzt mal so schauen, 33,6 Prozent vom Akku verbraucht für 130 Kilometer Strecke. Ja, dann wären das bei 100 Prozent Akku 386 Kilometer Reichweite. Also nicht ganz die 400, aber gut, bei dem Wetter, was will man da machen? Ich denke mal, wenn es nicht so geschüttet hätte, dann hätte er trotz der niedrigen Temperaturen von 5 Grad jetzt wahrscheinlich die 400 Kilometer geschafft. Reale Autobahnreichweite bei Tempo 130 und damit ist das hier eines der effizientesten Autos überhaupt. Gerade auch mit so einem großen Akku. Da kommt man natürlich extrem weit mit. Aber wenn ich das mal vergleiche mit dem Audi, der 106 Kilowattstunden brutto hatte, also 11 Kilowattstunden mehr als dieser hier, aber über 100 Kilometer weniger weit gekommen ist und wir hatten es da nicht regnerisch, so wie heute. Es war zwar auch 7 Grad, aber es war trocken. Da sieht man mal die Unterschiede. Und ich bin echt froh, dass ich diesen Wagen fahren kann. Und für mich ist es einfach das perfekte Auto, auch wenn er Schwächen hat. Stichwort Einparkassistent und Stichwort Regensensor. Das sind so zwei Baustellen, die mir noch momentan so ein bisschen schwer auf der Seele liegen, weil das ist noch nicht perfekt. Aber gut, die Geschmäcker sind natürlich verschieden. Und ihr wisst ja, ihr werdet auch hier unter diesem Video wieder Kommentare finden, die das Model S für eine Schrottkarre halten. Aber gut, Meinungen könnt ihr gerne haben. Aber fahrt den Wagen mal, wie gesagt, und bildet euch dann eine echte Meinung. Nicht nur nach Hören sagen. Ja, Leute, das war mein Reichweitentest vom Tesla Model S Long Range 2023. Ich bin doch relativ zufrieden. Ich hätte mir ein bisschen mehr Reichweite gewünscht, aber das Wetter war heute einfach doch wirklich zu schlecht. Und 23,3 Kilowattstunden, hey, für so ein riesen Auto, muss ich sagen, damit kann man wirklich leben. Und macht ihn doch hier so ein bisschen zum Reichweitenkönig. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne meinen Kanal. Ihr wisst ja, YouTube-Abo sind immer kostenlos, aber niemals umsonst. Apropos kostenlos. Ich habe neuerdings auch Kanalmitgliedschaften. Das heißt, wenn ihr mich noch mehr unterstützen wollt als durch einen Daumen nach oben, könnt ihr auch Kanalmitglied werden. Dann habt ihr ein paar Vorteile. Es gibt drei Stufen. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Ist natürlich völlig freiwillig. Ja, das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao.